Mit der Anwendung MoveCare können Sie Ihre Lungenkrebserkrankung kontinuierlich aus der Ferne überwachen, um in Echtzeit eventuelle Rückfälle und Komplikationen festzustellen. Durch das Ausfüllen eines digitalen Fragebogens auf Grundlage Ihrer Symptome einmal pro Woche kann MoveCare Risiken für Rückfälle und Komplikationen im Zusammenhang mit der Erkrankung erkennen. Dank MoveCare wirken Sie aktiv an der Behandlung Ihrer Krankheit mit, während Sie gleichzeitig stets mit Ihrem Arzt in Kontakt bleiben. Der behandelnde Arzt verfolgt Ihren Zustand mithilfe eines Dashboards und von Benachrichtigungen aus der Ferne. Sollte eine Unregelmäßigkeit oder Abweichung festgestellt werden, wird er sofort benachrichtigt. MoveCare ist benutzerfreundlich und Ihr Fragebogen wird Ihnen einmal pro Woche an Ihre persönliche E-Mail-Adresse zugesandt oder bei Verwendung der systemeigenen Anwendung erhalten Sie diesen als Benachrichtigung. MoveCare stellt eine Verbindung zwischen dem Patienten und dem Arzt her, was durch zwei Schnittstellen erreicht wird, eine für den Arzt und eine für den Patienten. Zur Nutzung der Anwendung sind eine Internetverbindung und eine E-Mail-Adresse erforderlich. Aus klinischen Studien geht hervor, dass ein frühzeitiges Eingreifen durch das medizinische Team immer zu angemessenen Behandlungen und einer besseren Gesundheitsversorgung führt. In einer multizentrischen, randomisierten klinischen Studie konnte nachgewiesen werden, dass MoveCare die Lebenserwartung von Lungenkrebspatienten erhöht, ihre Lebensqualität verbessert und die Kosten für das Gesundheitssystem senkt. MoveCare ist ein Medizinprodukt, das nur auf Verordnung von in Partnereinrichtungen tätigen Fachärzten abgegeben werden darf. Derzeit wird es in zahlreichen Krankenhäusern in Frankreich getestet. MoveCare ist nicht für alle Patienten geeignet. Bitten Sie Ihren Arzt um Rat.